Ja, überfahre mich doch nicht. Ruiter mich. Alles fresh? Ah, hallo! Schönen guten Tag. Bitte nicht überfahren, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, warum hast du dich da nicht angemeldet? Tut mir leid, ich wusste noch nicht. Ich dachte erst, dass es von DAB ist. Überfall dich. Aber die haben gesagt nicht, dass es ihre Route ist. Alter, Schizo. Schizo, hör mir zu, ja. Gib dir gleich Geld ab, ich verspreche es dir. Ja, ich möchte nur ein bisschen Geld haben dadurch. Es gibt hier eine Regel. Wer dich angemeldet ist, der hat ein Problem. Nein, es ist kein Problem. Nein, bitte. Mann, drei Minuten, komm bitte, ich geb dir wirklich Geld versprochen. Bitte. Verkauf. Moin. Moin. Schönen guten Tag. Seid es jetzt so ab? Seid es jetzt so ab? Seid es jetzt so ab? Wo kommt denn der her? Seid es so ab? Der ist so ab. Der ist so ab. Mit was verkauft er denn? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Du nur so. Seid es weg. Ja, wie viel Geld willst du haben? Mach dich ab. Schnell, schnell, geh weg. Die Farben auf, die Farben auf. Kann den callen. Schizo. Kann den call? Ja. Stehen bleiben überfall, die Hände nach oben. Stehen bleiben überfall, die Hände nach oben. Hände nach oben. Ab beide. Nice. Ey, die haben wirklich gefahren. Ja, deswegen. Wie gesagt, ich dachte eben, hier ist doch gar kein Heli oder irgendwas von denen. Wie gilt, hast du deine Leichtung erfolgt? Leichtung erfolgt. Ich hab ja noch ein Schlüssel. Was für eine Farber, die lief. Blau. Und eine bunte? Und eine blaue, halt ohne Folie. Ja, so ein Bill-Altiker. Ja, toll, jetzt werde ich verhaftet. Ja, genau. Alles abgezogen. Ja, genau. Kommt wahrscheinlich in den Knopf. Ey. Kommt einfach an. Mord ist ideal. Waffe in vorder. Ob die losgeht. Dann helft mir Walsh. Ja, ist von mir helfen. Aber die hat doch gar keine Räder mehr gesprochen. Dann muss ich hin mit der aufgefahren. Ob die gibt Gas, dann müssen wir los. Sicherung. Ja, flicken sie die Maschine. Nein, nein, nein. Habt ihr alles von dem Typen. Nein, wir müssen Walsh helfen. Er repariert was. Walsh. Walsh wird gerippt. Ja, das wird schon. Nein, das wird ermordet. Wo ist Walsh? Walsh, wo bist du? Du hast nochmal eine Markierung, oder nicht? Ich hab's. Warte mal. Ich kann's mal markieren. Ja, mach. Nein. Bleiben sie mal ganz entspannt. Packen mal die Hände nach oben. Machen wir so. Ja, packen sie die Hände nach oben. Die Hände hoch jetzt. Hände nach oben. Los. Ich sag's nicht nochmal zu ihnen. Warte Zeit ist um, ne? So, lass Walsh rausziehen und abziehen. Limo ist zu, Limo ist zu. Kops, Kops, Kops. Sagen's ihren Kollegen, die sollen weiterfahren. Wenn ihre Kollegen hier aussteigen, sind die tot. Ihre Kollegen sollen alle weiterfahren. Ja, Tendo. Mehr kann nicht funken. Ja, ne. Das ist halt, äh, ganz gut. Sagen, dass sie aufschmerzen oder so. So. Wissen Sie, wer einfach wird das jetzt machen? Sie packen jetzt die Hände runter und legen die Waffe auf ihren Rücken, ja? Und holen dann unseren Kollegen aus ihrem Auto. Haben's verstanden? Halt den Arsch. Wallen Sie sich. Ach, Katsch. Alter Chat. Nice. Wallen Sie sich. Wallen Sie sich. Wallen Sie sich. Ja, 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 ja. Wir sind auch geschockt. Auf den Boden legen, unseren Kollegen da rausholen. Wir sind nur Zeitschenden, ey. Ja, wenn Sie sich hier einen Kopf positioniert, knall ich ihn weg. Ja, legen Sie jetzt die Waffe auf den Boden und holen Sie unseren Kollegen da raus. Problem. Ja, jetzt nicht die Problem. Lalalalalalalala. Er schießt auf mich, er schießt auf mich. Hä? Schießt, schießt, schießt. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich hab Standbilder, ich kann nichts machen. Ich baller auf ihn rauf, es geht nicht. So ein Spassi. Okay. Er sitzt direkt an unserer Limo. Er ist an unserer Leiche, äh, an unserer Limo, ja. Er ist tot. Was? Was war das denn bitte? Hier war noch eine Sportlimo eben irgendwo. Wow. Wir knacken? Was dazu hat geht sich immer. Nice ist der P auf jeden Fall von ihm, dass er da schießt in der Situation. Kopf positioniert sich. Dann schieß ihn ab, ich bin gerade am Nacken, ich sterb sonst. Ja, ja, ich probier's. Also der Vengeance ist tot da, ne? Ja. Ja. Dann B wieder bei Opti. Ich wieder. Jawoll. Ja, weiß schon. Aber Alex, du hast eingezahlt. Ja, natürlich, glaub ich, eingezahlt. Hätt doch bald. Nice. Sehr schön, Pizza. Da war bestimmt nicht alleine. Wenn ihr Walscher abnimmt, damit ich ihn freimachen kann. Ja. Achso, sonst wer ist einfach mit der Karre weggefahren und mit ihm dran. Polizei, Auto kommt. Ja. Boric, nack du ihn? Boric, fährt querfeldein. Welche Richtung? Zu uns oder was? Ähm, nicht, nicht direkt. Aber ich hab die im Visier. Soll ich die einfach wegspritzen? Ja, klar. Klar. Ja, noch gar nicht. Walscher, hast du ne Pistole dabei? Ja, hab ich. Ja. Kannst du zu nem Ploller rushen und ich hab das hier auch nicht cool. Okay, den hinter dem Haus. Ja. Cop, Hellcat. Hinterm Berg bei euch. Safe call Cops, weil Medic ist auch immer schwarz. Ja, ist Medic, ist Medic, ist Medic. Schieß mal bitte einer drauf oder so. Sollen die anderen, oder sollen die euch wiederbeleben? Da sind noch Cops, die dürfen uns, die dürfen uns wiederbeleben. Ja. Steht ab. Er läuft hinter der Mauer, ihr müsst euch irgendwie mal in Deckung begeben. Hinter welcher Mauer? Was fallen? Ähm, besser erklären. Kannst du ungefähr markieren, oder? Ja. Straße gegenüber ist dieses verranzte Haus, und hinten dran ist das Haus mit der Bruchbude. Ja. Links nebendran, in diesem Gebiet bewegt er sich. Genau, wo die Cop-Limo steht. Genau, in dem Viereck drin. Kannst du uns mal markieren, bitte? Ja, Moment. Ich sehe ihn immer wieder mal, der rennt hin und her, der guckt jetzt in Third Person. Deswegen bleibt einfach in Deckung, irgendwann muss er raus. Sagt, wenn du markiert hast, das Wolli, ne? Ja, ich such grad das richtige Haus. Sehen, der kommt in meine Richtung gelaufen hier. Sitzt bei dem einen Haus. Weißte noch. Rechts neben dieser kleinen Baumreihe, weißt du? Ja. Na, wie kam der da hin? Zwei-stöckig Garage links nebenan, blaue Tür. T2 ist das Haus mit der Sport-Limo. Ich seh den gerade nicht. Ich hab ihn ganz kurz gesehen. Ich seh ihn nicht. Wo war er? Ich bin schon in die Richtung bei T1, nur an der Straße hinter der Mauer. Ja, die halb kaputte, weißt schon? Vor der Blei-Planke. Vor der Blei-Planke. Ich komm da auf ihn. Wenn ich wüsste, wo er genau ist, dann könnte ich ihn durch die Mauer holen. Kommt noch ne Zeit-Limo? Wo? Auch Cops? Don't know, ich hör's nur. Audio-Signale Richtung Kaff. Ist nur ein Cop noch online. Ja, der James Ward. Jetzt kommt der Pitch-Black. Wenn er gehofft hat, dann aber den幸aeff. Dann geht's zurück. Dann Release für den 4-3-4-4-4-4-5-8-4-5-8-6-4-5-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-7-6-6-6-7-6-6-7! Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn Nice Dieser Headshot, goddamn fucker, Hulenkopf Ja, scheint Bei mir kommt ne Limo Bolch, Hauptstraße, von Norden Ich werd ja mal fragen, was die wir laden haben Fährt hier rein, oder? Äh, blaue Limo, fährt rein, ja Also sollen wir die Dachzeuge umdrehen Wär schon gut Wartet nicht Ist im Ghillie, zwei Mann Zwei Ghillies Okay, was sind die? 100% Geht's los, geht's los Ohne Waffe Holt seine Waffe raus Wer ist es, siehst du's? Ja, Überfall Call Auf dich? Ja Ja, ist Call draußen Von wem? Kannst mich hier stehen lassen Ist Ty Miller und Frank Miller Keine Names Keine Names Ja, keine Names Ich seh von hier aus nix Aber hier fahrt ihr rein, ne? Ne, ich lauf ran, ich lauf ran, ich lauf ran Landfahren ist viel zu riskant Clantag Clantag User, join your channel Ob die Clantag Ob die Keins Time Miller und Frank Miller Zwei Ghillies Okay, kein Clantag ist schonmal gut Und ich, ich soll mich bewegen, warte Oh, ja mach, mach, mach Clantag Ich würde da nicht so, ob wir jetzt reinfahren, ne? Ich mach einfach Ja, mach einfach Nein, ich pass schon auf Letzte Besprechung Ja Ich muss auf ein Russian Ja, nicht Russian Es können nicht mehr als vier Leute sein Das, darum geht's halt Ja, und das sind ja trotzdem noch genug Geht, oder? Zwei sind bei Opti Opti, wo bist du? Oh, scheiße, Opti ist zu mir tot Opti ist tot Opti ist tot Oder hier Soll? Oder da Opti, warum bist du tot? Da? Du sollt die Waffe ins Auto legen Und? Die hab ich nicht gemacht Ich dachte, da hättest du noch raus zu gehen können, bis wir da sind Nein Das ist die Ka mit Die Ka mit blauer Sportlimo an, oder? Oder hast? Ja Ja, die sind ins Gang halt auch, glaub ich, rein oder so Eugilli-Typen mit AK-12 AK-12, das heißt zwei Schüsse und dann ist da im Haus Kau Ich kann ja auch denkst, das mal ein bisschen Gesinchen Ich kann ja auch nicht mehr ausdenken, das ist das Ich kann ja auch nicht mehr als F-1 T-1 Masch-2 Also das ist das die Waffe Ich kann ja auch nicht mehr als F-1 die sind im gang haus ich glaube ja also das noch nicht weggefahren ja die schicken und soll man jetzt dafür durch sprühen geht nicht mehr ich wollte gar nicht mehr die warten deswegen aufpassen wir haben ja zeit also erwarten auch 15 minuten aufpassen wir sind ja aktiv hier also kein stress die krabbeln obenrum zwei stück ich habe einen grad gesehen da wo man immer auf die fahrzeuge zu kraft aber der ist weg aus dem raum da ist es glaube ich auf deine seite rüber also südseite wenn sie auf dem balkon hast du hinten die seite hinten hast du die die hinter dir die also quasi deine richtung zeigt ziemlich viel gebürschen an ich habe nur freie freie blick auf kein haus ok der ist immer noch in dem raum wo man zugreift ich sehe die waffe vielleicht mal ein bisschen weiter wenn du da ein bisschen durchheizt dass der piek kann ich von der außentreppe ziehen ja ja warte ich aber mach es nicht zu offensiv weil der kann dir besser geben und das sind zwei du bist alleine am pieken schieße soll ich ein bisschen suppression geben dann legen die sich hin kann einer von der nordseite rangehen und dann da reinschießen ich bin gerade an der nordseite aber wie gesagt ich auch nein was dafür sehe ich die jetzt ich meine ja dass er dass du hierhin muss dann kannst du da kannst du reinschießen ich habe in gruppen marken markiert ja ich kann es so auch was wenn es ein fenster stehen erwischt ich sie auch was wir schon von dahinten sie habe ich den gleichen blick nur von anderen seite schlägt wie jetzt ok was ich habe ich habe hier vor der vorderseite im blick und was ich weiß nicht wenn man auf dieses andere gang gebäude beim storage raum rein geht ja schieße du kommst du kommst durch du kommst durch ja hinten schlagen schluss sein in der in der hat da Nom der nicht ich bin nicht ich bin das ist gut wenn man sie weg ja es sind heute ok dann hast du aber du bist tot Bin ich schon wieder verhungert, oder was? Du wirst doch so ein Vogel, ne?